Herzlich willkommen zum nächsten Slot, zum individualisierten und studienbegleitenden KI-Portfolio. Wenn ich jetzt alle vorstellen würde, die an diesem Portfolio beteiligt waren, wäre ungefähr die nächste halbe Stunde um. Das ist eine große Handvoll Persönlichkeiten. Ich erlaube mir rauszugreifen, Dr. Stefan Küchemann. Er ist akademischer Rat und Teamleiter für KI und Bildung in der Physikdidaktik der TU Kaiserslautern. Sein Fachgebiet ist die Didaktik der Physik. Er ist unter anderem Koordinator des iPhysics Lab und nutzt zum Beispiel Eye-Tracking, um Lern- und Problemlösungsprozesse mit multiplen externen Repräsentationen zu verstehen und zu versehen. Da spielen natürlich auch unter anderem die Algorithmen eine große Rolle. Es geht jetzt, wie eben schon gesagt, um das studienbegleitende individualisierte Lernen. Denn insbesondere beim Studienbeginn haben viele Studierende Schwierigkeiten mit mathematischen Inhalten. Das findet auch in MINT-Studiengängen statt. Und jetzt geht es um die Kombination von sehr innovativen Methoden und ich ziehe mich jetzt zurück, um Dr. Küchemann die Bühne zu überlassen. Aber Prof. Dr. Jochen Kuhn sitzt auch hier unter anderem im Auditorium. Wenn es Fragen von Ihnen danach in den letzten zehn Minuten gibt, ist auch er sehr neugierig, sie zu beantworten. Viel Vergnügen jetzt mit Stefan Küchemann. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einführung und vielen Dank für die Möglichkeit, auch hier unser Projekt vorstellen zu können. Wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich aus der Didaktik der Physik und Jochen Kuhn, sondern auch den Norbert Wehen aus der Gruppe Entwurf mikroelektronischer Systeme aus dem Fachbereich Elektrotechnik, Informationstechnik, den Stefan Rutziker aus der AG Optimierung, Fachbereich Mathematik. Die Karin Joisten mit dem Schwerpunkt Technoethik aus dem Bereich Philosophie. Und Paul Lukowitsch aus der Gruppe Eingebettete Intelligenz, Fachbereich Informatik. Genau, zu den individualisierten, studienübergleitenden Portfolios komme ich gleich am Ende. Zunächst möchte ich Ihnen zwei beispielhafte Möglichkeiten vorstellen, wo wir KI integriert haben, oder wo KI uns hilft, mehr über das Lernverhalten herauszufinden. Zunächst mal zu der kurzen Einleitung. Bei diesem Projekt, was vom BMBF gefördert wird in den nächsten vier Jahren, beschränken wir uns auf die Unterstützung von vier Kompetenzen, vier Schlüsselkompetenzen in den MINT-Disziplinen und speziell in der Studieneingangsphase, die sehr relevant ist, um auch den Studienerfolg vorherzusagen. Das eine sind natürlich die mathematischen Fähigkeiten. Also wenn man das nicht nur auf die Mathematik beschränkt, sondern ganz erweitert in der Physik. Manche sagen, es ist die Sprache der Mathematik, die Mathematik ist die Sprache der Physik. Andere sagen, Mathematik ist das Rückgrat der Physik. Also es spielt eine ganz zentrale Rolle, um Konzepte zu verstehen. Aber gleichzeitig ist es entsprechend für viele Studierende schwer, wenn sie versuchen, sich mathematische Fähigkeiten anzueignen. Gleichzeitig wurde auch schon gezeigt, dass es die stärkste Korrelation zwischen dem Lernzuwachs im Vergleich zum beispielsweise konzeptuellen Vorwissen oder in räumlichen Fähigkeiten besetzt. Und insbesondere sogar bei Männern gibt es da noch einen stärkeren Zusammenhang. Also gleich sind wir wieder beim Gender Gap. Dann haben wir als weitere Kompetenz die Repräsentationskompetenz. Also verstehe ich eigentlich, was in Repräsentationen, also beispielsweise in Grafiken oder so, ausgesagt wird. Kann ich das interpretieren? Und da wurde auch schon gezeigt, dass die problemlöse Leistung von Studierenden oder auch von Schülerinnen und Schülern stark mit dieser Repräsentationskompetenz zusammenhängt. Ebenso ist das, wenn man jetzt mal eine Repräsentation rausgreift, die Grafen beispielsweise sind die ganz eng verknüpft mit ganz vielen disziplinübergreifenden Kompetenzen, wie beispielsweise die Argumentation online, wie Medienkompetenz, wie auch Datenkompetenz. Und dann als letzte Kompetenzgruppen haben wir die Data Literacy und Statistical Literacy, die haben wir vorhin auch schon mal gehört. Das ist halt entsprechend die Grundlage, sind auch beide eng verknüpft, diese Kompetenzkategorien, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Daten zu interpretieren, auch Daten selber darzustellen. Da gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten und das wollen wir halt im Prinzip nutzen, diese Kompetenzen von Studierenden in der Studieneingangsphase, um deren Erfolg vorherzusagen. Genau, und das wurde entsprechend auch die letzte Kategorien hier als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts schon festgestellt, weil es eben entsprechend diese Sachen ermöglicht. Kommen wir kurz zu der theoretischen Einbettung von ein paar von diesen Kompetenzen. Zunächst mal mit den Repräsentationen. Also wir sprechen da von den multiplen externen Repräsentationen, sogenannte Mare. Das sind im Prinzip die Werkzeuge für den Aufbau von konzeptionellen Wissen. Also einfachstes Beispiel sind eben Grafen. Das hat man auch gerade wieder in der Pandemie-Situation gesehen. Wenn man darstellen möchte, wie sich die Inzidenzen entwickeln, dann visualisiert man das eben in einem Grafen. Gleichzeitig sind sie auch lernförderlicher, wenn man mehrere unterschiedliche Repräsentationen einbringt im Vergleich zu einer Einzelnen, wie beispielsweise nur einem Text. Aber das ist wiederum mit Problemen verknüpft. Jede Art von Repräsentationen hat spezifische Möglichkeiten, aber auch bringt Schwierigkeiten mit für den Lernenden, eben diese Repräsentationen zu interpretieren. Und wenn dann Studierende oder Lernende allgemein diese Repräsentationskompetenz haben, dann ermöglicht es ihnen eben aus visuellen Repräsentationen zu lernen. Nur als Beispiel mal, wir haben hier verschiedene Repräsentationstypen in der MINT-Bildung. Also man sieht hier beispielsweise so ein Foto von einem experimentellen Phänomen, beispielsweise ein schräger Wurf oder ein Magnetfeld ist dort dargestellt. Und dann kann man dieses auch in verschiedenen Abstraktheitsgraden mit den gleichen Informationen oder teilweise redundanten Informationen darstellen. Wir können das Ganze auch so ein bisschen kategorisieren. Man sieht das hier, das sind die Typen von MINT-Bildung. Also wir haben die vier verschiedenen Gruppen, aktional, operational, visuell, grafisch und die verbalen, textuellen und die symbolhaften mathematischen. Zu der Data Literacy gibt es auch, wie hatte ich schon gesagt, auch Reviews zu diesem Thema. Und das wurde so ein bisschen systematisch betrachtet, welche Aspekte gehören dazu. Und da geht beispielsweise, dass man zunächst mal das Problem identifiziert und entsprechend auch die Hypothesen dazu formuliert und gegebenenfalls offene Fragen identifiziert. Dann natürlich muss man dazu entsprechend Daten erheben und diese Datenerhebung auch nochmal kritisch evaluieren. Diese kritische Evaluation ist relevant in verschiedenen Aspekten. Auch jetzt im nächsten bei der Datenanalyse. Das steht natürlich immer in kritischer Wechselwirkung und man muss halt da überprüfen, was die Qualität der Daten ist und was wir über die Daten eigentlich aussagen können. Entsprechend kommt es dann auch direkt zum nächsten Schritt zu der Interpretation von Daten. Was erlauben uns diese Daten zu sagen und wie können wir dann letztendlich zu einer Schlussfolgerung führen und das wiederum auch kritisch hinterfragen und das wieder in Zusammenhang bringen mit unserem ersten, mit unserer Problemdefinition beziehungsweise mit unseren Hypothesen. Und im letzten Schritt ist es dann entsprechend ganz entscheidend, dass man dann die instruktionalen Folgen darauf erschließt, beziehungsweise Einbettungsmöglichkeiten. Jetzt beschränken wir uns auf die Datenerfassung in der Studieneingangsphase. Und auch dort gab es grob im Begriff Educational Data Mining, EDM. Da wurde auch vorhin schon gesagt, dass wir eine ganze Reihe von Daten eigentlich schon erheben, aber diese eigentlich gar nicht lernförderlich nutzen. Also beispielsweise ist die Anwesenheit von Studierenden. In verschiedenen Fächern wird das erhoben, aufgezeichnet, auch systematisch, aber nur im Prinzip, um eine Klausurzulassung beispielsweise zu erwirken. Demografische Daten. Normalerweise ist bekannt, wie alt die Studierenden sind, in welchem Semester sie sind, ob sie weiblich oder männlich sind. Und Testergebnisse. Ganz oft in den MIN-Studiengängen haben wir beispielsweise Hausaufgaben. Diese Hausaufgaben werden bewertet, ebenfalls für eine Klausurzulassung. Das könnte man theoretisch nutzen. Und dann natürlich unter der Beachtung ethischer Datenschutz, ethischer Richtlinien und Datenschutzrichtlinien. Aber generell hat es halt wertvolle Informationen, um das Bildungsangebot zu optimieren. Genau, also ein Beispiel hatte ich eben schon gesagt. Es gibt verschiedene Reviews hier. Ich hatte nur mal einen rausgegriffen. Es gibt halt bei dem Educational Data Mining muss man ein bisschen das abtrennen von dem traditionellen Data Mining, weil es eine gewisse Vorverarbeitung dieser Daten, weil es eine ganz spezielle Datenstruktur gibt. Beispielsweise viele hierarchische Daten. Und dann gibt es, da werden dabei verschiedene Schwerpunkte identifiziert. Und beispielsweise die Analyse von Motivation von Studierenden und dann auch beziehungsweise das Verständnis des Lernstils, dass die Einstellung auch zum Verhalten und auch zum Verhalten ging zum E-Learning. Also jetzt haben wir gerade während der Corona-Pandemie gesehen, dass die Studierenden häufig online lernen. Wie werden diese Ressourcen genutzt? Skripte sind online. Wie gehen sie damit um? Kollaboratives Lernen, ganz wichtig bei uns, nicht nur im Experimentierprozess, im Laborpraktikum, sondern auch beim Lösen, beispielsweise bei den Hausaufgaben, bei Diskussionen, ganz wesentlicher lernrelevanter Faktor. Und dann gibt es ein Beispiel davon, ist jetzt, wie man dieses Educational Data Mining angeht, ist halt ein Clustering. Clustering ist halt, dass man verschiedene Gruppen identifiziert, automatisiert, ohne dass man jetzt eigentlich vom Benutzer her eine Eingabe macht und irgendwelche Vorgaben gemacht. Genau, das kann man dann entsprechend zusammenfassen. Und dieses Clustering, ohne jetzt weiter darauf einzugehen, kommt halt wirklich erst am Ende, nachdem man halt diese Daten, wie ich es am Anfang auch schon genannt hatte bei der Data Literacy, zunächst mal vorbereitet hat und auch identifiziert hat, was die relevanten Daten sind. Genau, jetzt haben wir in den MINT-Studiengangs-Eingangsphase, haben wir verschiedene Daten. Ich habe es eben schon mal genannt, demografische Daten liegen natürlich vor. Die sind natürlich erstmal normalerweise normal verteilt. Dann hat man entsprechend aus diesen Daten alleine vielleicht nicht aussagekräftige Informationen, um wirklich einen Studienerfolg vorherzusagen oder einen Erfolg in den ersten Semestern. Aber man hat auch noch Leistungsdaten. Das sind Testergebnisse, das sind Hausaufgaben, die vorbereitet. Das sind kleine Präsentationen, die man eventuell bewertet bekommt. Man hat zusätzlich auch Verhaltensdaten, die Anwesenheit. Da kann man sich noch mehr darunter vorstellen eigentlich. Was wir zusätzlich noch haben, sind Prozessdaten. Und Prozessdaten, das können eine ganze Reihe von Daten sein, die während des Lern- und Problemlöseprozesses auftreten. Und ein Beispiel davon sind Blickdaten. Blickdaten brauchen wir natürlich entsprechende Hardware dafür. Das heißt, das ist nicht trivial, das flächendeckend einzusetzen. Aber das enthält sehr, sehr viele Informationen. Über die Aufmerksamkeitsverteilung von Lernenden. Darauf fokussiere ich mich jetzt mal und möchte dazu jetzt diese Beispiele bringen. Das erste davon ist zunächst mal das Eye-Tracking. Ich führe das mal kurz ein. Wir haben das generell zur Aufzeichnung der Perzeption, der Wahrnehmung. Also man hat ganz links die externale Repräsentation, die MERS, die ich vorhin schon eingeführt hatte. Und durch die Wahrnehmung kann es halt zu einer Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis führen. Und entsprechend zu einer Bildung von Schemata, einer Speicherung im Langzeitgedächtnis. Genau dort greift auch Eye-Tracking ein. Also bei der Verarbeitung von diesen externen Repräsentationen, von der Wahrnehmung und von der Verknüpfung von verschiedenen Repräsentationen. Das gibt ein Beispiel hier von so einem stationären Eye-Tracking-System. Gibt es auch andere mobile beispielsweise, wie ich gleich noch zeigen werde. Das ist nicht invasiv, weil es einfach unten im Computerbildschirm angebracht ist. Und dann sendet das ein Infrarotlicht aus, völlig ungefährlich, wird vom Augenhintergrund reflektiert. Und dieser Reflex, den sieht man hier ganz gut. Das ist der weiße Punkt. Der wird in Relation zu den Pupillenpositionen aufgezeichnet. Er ist ortsfest. Und durch diese Relation von beiden Positionen kann der Blickpunkt auf dem Bildschirm rekonstruiert werden. Nun zu den zwei exemplarischen Studien zum Einsatz der künstlichen Intelligenz, aber konkret eigentlich des maschinellen Lernens. Wir haben zunächst mal ein Laborpraktikum. Das Lernen mit Experimenten ist dort ganz zentral. Hier werden die Konzepte von dem Auge, dem menschlichen Auge adressiert. Hier so einen beispielhaften Aufbau mit einer Sammellinse und der Bildentstehung. Da gibt es entsprechende verschiedene Repräsentationen, wie man diesen Vorgang beschreiben kann. Und hier hatten wir eine Studie durchgeführt mit 42 Studierenden der Gesundheitswissenschaften und haben diese aufgeteilt, nachdem wir einen kurzen Test gemacht haben, im Rahmen ihres Praktikums in eine Interventionsgruppe und in eine Kontrollgruppe. Also die Interventionsgruppe hat diese optischen Pfade, die Sie am Anfang schon mal gesehen haben, für diese Bildentstehung, die konzeptrelevant sind, gezeichnet. Und die Kontrollgruppe hat die vorgegeben bekommen. Und dann konnte man entsprechend sehen beim Posttest, wie entscheidend war jetzt für diesen Konzeptzuwachs das Zeichnen selber, wenn wir diese systematisch vergleichen. Und dann sind wir hinterher gegangen zum Experiment. Das Experiment hatte, wie gesagt, hier haben Sie am Anfang schon mal gesehen, hat die Konzepte des Auges adressiert und dort müssten Sie wiederum Aufgaben lösen. Und dann haben wir wiederum einen Test durchgeführt, ganz am Ende. Und das Ganze sah so aus. Ganz oben sehen Sie erstmal diese Generierungsphase, links diese Interventionsgruppe, rechts diese Kontrollgruppe. Also links mussten diese grünen Strahlen, die Konstruktionsstrahlen bei der Bildentstehung konstruiert werden. Und dann in der unteren Reihe kommt die Experimentierphase. Beide Gruppen erhalten die gleichen Informationen. Und wir sehen, was dieser Einfluss von diesem Zeichnen auf das Verständnis ist, beziehungsweise auf das Lösen beim Experimentieren und auf die visuelle Aufmerksamkeit. Und da bringe ich jetzt erstmal so ein Beispiel, wie das überhaupt aussieht beim Eye-Tracking. Also nur damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was das eigentlich bedeutet. Also während der Generation, das ist das Material. Der rote ist jetzt der Bildpunkt und man sieht das hier sehr schön, dass wie die Studierende hier oder der Studierende das Material sehr genau evaluiert und dann entsprechend halt Schritt für Schritt diese Abbildung konstruiert. In der zweiten Phase hier vom Experiment, da ist es so, da sind die Experimentaufgaben hier wieder auf einem DIN A3-Blatt dargestellt und dann springt die gleich rüber zum Experiment und versucht diese Aufgaben zu lösen. Das ist für normale Verfahren relativ schwierig auszuwerten, gerade weil es so ein dynamisches Setting ist. Man sieht in dem Blickfeld der Studierenden, dass sich die Objekte bewegen und das müsste man normalerweise händisch entsprechend alles auswerten. Deswegen haben wir hier ein Bilderkennungsverfahren benutzt und konkret ein Machine Learning Algorithmus eingebaut, den You Only Look Once, You Low V4. Und das identifiziert alle Objekte automatisch und kann entsprechend dem Blick so zuordnen. Warum machen wir das? Das ermöglicht uns jetzt während dieses Lernprozents oder Problemlöseprozesses den Studierenden Hilfe zu geben oder auch ein Feedback. Man sieht auch, haben sie vielleicht relevante Informationen komplett vernachlässigt. Und so kann man denen entsprechend nochmal sagen, okay, vielleicht nochmal ganz kurz hier drauf schauen. Oder auch konzeptuelle Hilfen geben, wenn man sieht, sie verstehen ein experimentales Objekt nicht, wie zum Beispiel eine Stromquelle. Da sieht man auch jetzt beispielhaft, dass an diesen beiden Gruppen, die ich Ihnen gezeigt hatte, dass diese Gruppe, die generiert hat, durch diese Generierungsphase, durch diese Zeichenphase deutlich mehr Aufmerksamkeit auf die Experimentierkomponenten richtet, auf die relevanten Experimentierkomponenten. Und auch gleichzeitig nicht mehr auf diese Abbildungen, diese beiden, die unten gegeben sind, zurückblicken muss. Und dadurch ist halt natürlich die Möglichkeit, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Studierenden dort freier mit diesen Repräsentationen umgehen können, weil sie sich so intensiv am Anfang damit auseinandergesetzt haben. Jetzt komme ich zu einem zweiten Beispiel, das ist das Verständnis von Graphen. Das ist halt entsprechend auch eng an die Repräsentationskompetenz geknüpft, an die Data Literacy. Hier ist so ein Beispiel von so einem Graphen, Geschwindigkeitszeitgraf. Man könnte jetzt fragen beispielsweise, wie groß ist die Beschleunigung oder welche Strecke hat dieses Objekt zurückgelegt. Und entsprechend muss man mathematische Operationen ausführen, wie die Steigung berechnen oder die Fläche unter dem Graphen. Was wir darüber schon wissen aus Blickdaten ist, dass die Studierenden, die die Aufgaben richtig lösen oder die Steigung in einem Graphen richtig bestimmen, ganz konkret konzentrieren sich signifikant länger auf Bereiche entlang des Graphen und auf relevante Achsenintervalle und führen entsprechend auch mehr Blickübergänge zwischen diesen Bereichen durch. Gleichzeitig sind diese Blickdaten auf dem Graphen, wenn man nur dieses rausschneidet, extrem prädiktiv für die Korrektheit des Problemlöseprozesses. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben eine AR-Umgebung, also Augmented Reality-Umgebung erstellt, in dem Studierende mit diesem Graph interagieren können in der Form, dass sie selber so ein Graph laufen sollen. Das heißt, diese Position von diesem AR-Headset wird getrackt und dann wird diese Position aufgezeichnet und sie sollen versuchen, wenn eine Positionszeitgraf vorgegeben ist, diesem so gut wie möglich zu folgen. Und da haben wir wiederum einen Prätest und dann entsprechend diese Intervention von fünf Minuten durchgeführt und dann entsprechend versucht, diesen Lernzuwachs aufzuzeichnen. Bei einem so einen Graph, man sieht ihn hier so beispielhaft, Abstand und gegenüber Zeit, gibt es drei verschiedene Phasen. Einmal sieht man den Graph zu Beginn und dann soll man diesen Graph, seine Laufphase ein bisschen planen. Dann kommt der Lauf selber, das dauert zehn Sekunden und dann kann man sich das nochmal anschauen. Diese roten Punkte, wie stark lagen die jetzt, also meine Position über diesen grünen Graphen, der vorgegeben war. Das haben wir bei sechs verschiedenen Graphen gemacht, immer Position gegenüber Zeit. Man sieht das hier und da wurden halt beispielsweise mal die Steigung verändert oder es gab auch mal eine negative Steigung. Und dann müssen Sie sich intensiv damit auseinandersetzen und überlegen, ja, wie löse ich denn das Problem, dass ich dem am besten folgen kann. Und dabei greifen wir jetzt nur mal einen einzigen Aspekt raus. Wir greifen einen einzigen Graphen raus und auch nur die Planungsphase. Das heißt wirklich nur fünf Sekunden von diesem Lernprozess von fünf Minuten. Und links ist so ein etwas abstraktes Bild von diesem Graphen dargestellt, was keine moderne Kunst ist, sondern das ist im Prinzip, wie wir die Eye-Tracking-Daten analysieren. Und daraus können wir verschiedene Features extrahieren. Und nur aufgrund dieser fünfsekündigen Phase können wir dann mit einem Score, beispielsweise hier von über 0,6, F1-Score, vorhersagen, wenn wir diese Blickdaten nutzen, ob die Studierenden damit lernen oder nicht in den ganzen fünf Minuten. Also das heißt, es ist sehr prädiktiv, diese Blickdaten, sehr, sehr hilfreich. Ich möchte das ganz kurz nochmal zusammenfassen, was ich gerade gesagt habe. Also allgemein ist natürlich Eye-Tracking ein Indikator für Wahrnehmungsprozesse. Und ein ganz enger Zusammenhang bei den multiplen externalen Repräsentationen gibt es halt zu den kognitiven Prozessen, wenn wir die Blickdaten aufzeichnen. Und das hat eben entsprechend eine hohe Relevanz für den Lernprozess. Es kann auch die Strategie bei einem Lernenden bei der Lösung von der Aufgabe aufzeigen. Und ganz oft ist dieses Blickverhalten so relevant, dass es halt ein Mediator auch für den Lernerfolg ist. Beim maschinellen Lernen gibt es halt dieses, was Sie gerade zum Schluss gesehen haben, diese Extraktion von den Merkmalen, von den Features. Und das ist ganz interessant für die Vorhersage von Blickbewegungsmetriken und sehr relevant auch für Learning Analytics und auch für die Vorhersage des Lernzuwachses. Bevor ich schließe, möchte ich kurz noch den Ausblick geben hier auf dieses KI4TUC, was wir jetzt in der kommenden, wie wir das nutzen, diese beiden Informationen. Wir haben zunächst mal diese KI-Portfolios, wo wir verschiedene Tests durchführen online. Und das ist in der ersten Phase und das wird wöchentlich in die Übungsaufgaben integriert. Und diese Ergebnisse werden dann genutzt, um jeweils den Klausurerfolg vorherzusagen und um den Studierenden individualisiertes Feedback zu geben. Und wiederum wird das dann zurückgespielt, diese Information, auf die Datenerhebung ganz am Anfang, diese Placement-Tests. Und dadurch versuchen wir, diese Optimierung von diesem Feedback zu erreichen. Zusätzlich ist das dann gekoppelt an das, was ich Ihnen gerade noch gezeigt hatte, in der Phase 2 bei den Laborpraktika, wo wir die Blickdaten aufzeichnen, zusätzlich zu diesen Kurztests und das wiederum nutzen wollen, um einen Klausurerfolg bzw. generellen Lernerfolg zu nutzen. Und das nicht nur in der Physik, sondern in der Mathematik, den Ingenieurwissenschaften, der Informatik und der Chemie und Biologie. Und damit bin ich auch am Ende. Und ich bedanke mich erst mal für Ihre Aufmerksamkeit. Und natürlich bin ich sehr gespannt auf Ihre Fragen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Küchemann. Also die Zahl ist konstant geblieben der Zuhörenden. Da ist offensichtlich niemand rausgegrätscht. Wir haben momentan, glaube ich, noch keine Fragen. Wir gucken, ob in fünf Minuten noch was aufpoppt. Wir haben aber zwei im Raum. Die erste Frage gerne mit Mikrofon nach vorne kurz hier umdrehen. Und kurze Vorstellung und dann ja. Hi, ich bin Johannes. Und mich würde interessieren, wie die Studierenden denn das wahrnehmen. Weil da werden jetzt sehr viele Daten erhoben. Ich kann mir vorstellen, das kann als Chance wahrgenommen werden, wenn quasi ich kann besser lernen. Aber sobald das, glaube ich, als Nachteil wahrgenommen wird, okay, ich werde jetzt vielleicht ausselektiert. Also wie ist da so die Rückmeldung? Das würde mich sehr interessieren. Genau, also ganz wichtig ist dabei, dass wir das transparent kommunizieren. Was der Algorithmus tut und wie auch der Trainingstand beispielsweise ist von dem KI-Algorithmus. Deswegen nutzen wir auch diese Richtlinien der Europäischen Kommission für Ethical AI. Das heißt, auch die Gerechtigkeit ist da in dem Vordergrund. Und das muss man den Studierenden versuchen, irgendwie transparent nahezulegen. Das natürlich, man muss es gleichzeitig kurz fassen, weil sonst sind sie davon auch schon wieder gelangweilt. Aber grundsätzlich ist es so, dass da eine grundsätzliche Offenheit ist. Wir wollen also diese Selektionen, die Sie gerade angesprochen haben, die wollen wir gar nicht wirklich so durchführen. Wir wollen eigentlich mehr ein individualisiertes Feedback bringen. Also das heißt, das ist nur für Sie persönlich. Das sehen die anderen Kommilitonen nicht. Sie loggen sich online ein, lösen Ihre Aufgaben und dann kriegen Sie im Prinzip diese Möglichkeit, dann noch Sachen zu verbessern entsprechend. Wir geben das Mikrofon desinfiziert an eine zweite Person weiter. In der Zwischenzeit habe ich eine kurze Frage. Das eine ist ja, das zu den Lernfortschritten zur Individualisierung zu nutzen. Die andere Frage, die ich habe, könnte man ja auch sagen, die Vorlagen waren gar nicht so gut. Also so nach dem Motto, liebe Lehrende, arbeitet ihr doch an euren Vorlagen, weil das hat ja vielleicht auch gezeigt, dass das optimierungswürdig ist. Inwiefern geht denn das Feedback auch in die Richtung? Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Lehrenden können natürlich hier viel von profitieren. Und das ist natürlich allerdings nicht dann mehr auf individueller Ebene, sondern mehr kursübergreifend. Und das ist natürlich geplant, dass wir ein Training auch mit den Lehrenden durchführen, hatte ich jetzt nicht erwähnt, aber ganz wichtiger Punkt, weil die muss man ins Boot holen, dass sie auch partizipativ Möglichkeit haben, sich da einzubringen. Und entsprechend auch teilweise Aufgaben mitzugestalten, die in diesem Kurztest beispielsweise verarbeitet werden. Und dann auch, dass sie sehen, wie das System arbeitet, damit sie irgendwie auch eine gewisse Offenheit demgegenüber haben. Und das selber auch, weil sie müssen letztendlich ja diejenigen sein, die das vermarkten. Wenn sie nicht dahinterstehen, dann bringt das alles nichts, dass wir den Studien sagen, bitte das nutzen. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Beitrag von den Lehrern. Gut, vielen Dank. Lieber Simon, wir haben noch eine Frage. Sportlicher Einsatz? Ja, nochmal ich. Simon ist mein Name. Meine Frage war, welches Wissen generieren Sie denn jetzt genau über die Studierenden und was machen Sie mit dem Wissen? Sie haben Feedback angesprochen, aber ist da noch mehr, außer ein Student zu sagen, ja, du packst vielleicht dein Studium nicht, guck dir nochmal den Inhalt an? Oder was passiert damit? Genau, also was wir generieren, also wir haben diese Kurztests, diese Kurztests beziehen sich auf diese vier Kompetenzbereiche. Und da kann man dann entsprechend dann die vom KI, also vom System ermittelten Defizite bezüglich des Lernerfolgs beziehungsweise des Klausurerfolgs aufzeigen. Das heißt, man hat dann beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, fünf Fragen. Bei diesen fünf Fragen wird dann irgendwie erkannt anhand der Antwort, des Antwortverhaltens. Die Person hat verschiedene Fehlvorstellungen beziehungsweise Schwierigkeiten an verschiedenen Stellen. Und dann kann man da konkret darauf hinweisen. Das heißt, nur anhand, in der ersten Phase, nur anhand dieser Kurztests und anhand dieses Clustering beim Placement-Test, ganz am Anfang, können wir dann eine Entwicklung aufzeigen, wie hat die Person sich entwickelt. Also das heißt, wir fragen jetzt, wenn wir den Vorschlag bereiten, beim nächsten Mal nochmal, hat sich jetzt da in der Bereich verbessert, plus zusätzliche neue Informationen beziehungsweise Inhalte. Und dann in der zweiten Phase, dann nutzen wir konkret das Blickverhalten beim Laborpraktikum, wenn Sie experimentieren. Also das wird halt ausgewertet nach verschiedenen, also beispielsweise, das ist so ein IWT-Algorithmus, der erstmal Fixationen festlegt, erstmal diese Rohdaten zusammenfasst. Und das heißt, da kann man dann erstmal sagen, okay, wie lange war die Aufmerksamkeit, auf welchen Bereich. Und dann kann man mit dieser AR-Brille beispielsweise zusätzliche Informationen in dem Moment einblenden. Genau, also das könnte eine Repräsentation sein, das könnte nochmal irgendwie ein erklärender Text sein. Genau, und das wird an der Stelle genutzt, wobei das System natürlich Informationen über den Lerner hat in dem Moment. Also von den Kurztests. Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen? Gibt es einen Plan bezüglich Individualisierung in der Lehre? Also dann, wenn wir jetzt wissen, der Student hat ein Problem im Bereich XY, und ihm zu sagen, hey, wir haben hier ein individuelles Angebot für dich oder eine Ressource nur für dich zugeschnitten, die du bekommst, weil du da ein Problem hast. Das ist geplant, aber natürlich relativ komplex in der Umsetzung, weil man so viele Materialien zur Verfügung stellen muss. Das sind natürlich auch rechtliche Fragen damit verbunden. Deswegen haben wir zunächst mal gesagt, wir zeigen die Bereiche auf. Im nächsten Schritt könnte man daran denken, dann auch Materialien zur Verfügung zu stellen. Wir sind in der letzten Minute. Vielen Dank, lieber Simon. Herr Professor Kuhn wollte sich aber noch ganz kurz dazu melden. Letzte 30 Sekunden, aber Sie brauchen auch ein neues Mikro. Ah, Sie haben eins. Fantastisch. Dann drehen Sie sich kurz um, dass die Kamera Sie sieht, und Sie machen den Sack zu. Ja, also erst mal hallo zusammen, vielen Dank. Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, dass es uns natürlich nicht nur darum geht, konzeptionelles Wissen oder Wissen per se zu fördern, sondern auch metakognitive Fähigkeiten. Also das Verständnis über die Visualisierung. Stellen Sie sich vor, was auf uns reinprasselt. Jeden Tag, jedes Kunde. Sie machen Ihr Web auf, gucken das Dashboard von RKI oder Johns Hopkins. Wir müssen das interpretieren. Stefan Küchelmann hat einen Graphen gezeigt, ist komplex genug. Und wir müssen trotzdem aus verschiedenen Informationen, wie Lehrer hat sich jetzt in dieser Zeit nicht verändert. Unsere Aufnahme von Informationen hat sich verändert, vollkommen verändert. Das heißt, wir müssen darauf reagieren. Also auch metakognitive Strategien sollen unsere Studierende in diesem Projekt eben auch mit erlernen. Und natürlich, so wie Sie korrekt gesagt haben, dann letztlich auch eine Anlaufstelle haben, wo Sie dann letztlich Ihr E-Portfolio an Menschen herantreten können und dann individuell weiter gefördert werden können. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020